Willkommen bei uns auf dem Kanal, Willkommen bei Billy & Steve, ich bin Steve und wir spielen heute für euch Death in a Family und zwar in der Vollversion. Wir haben es ja schon in der Demo-Version hier mal auf dem Kanal gebracht, jetzt ist die Vollversion dran, let's do it. Ja, und wie ich sehe, haben sie am Großen und Flur Design nicht viel gemacht im Hauptgame, im Gegensatz zur Demo, entschuldigt bitte. So, my name is Tom, my family is the most important thing that I have, my wife is a very beautiful and sweet girl, give birth to my daughter and I was still expecting a child, I hope there will be a son. Daughter, her name is Julia, she is 10 years old, she is very smart, she studies well at school, she wants to become an actress. Ja, schön, wie im Intro, äh, Intro, warum sag ich denn immer? Intro, verdammte Axt, wie in der Demo. Aber jetzt haben sie es doch wenigstens mal geschafft, äh, immer noch den Test hier, Schmutzbild 6. Okay, hier steht 6. Hm, das werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Jetzt haben sie wenigstens Möbel hier zu stehen. Eine schöne Kommode aus, tja, Mahagoni, weiß der Geier. Hier haben wir ein Zahlenschloss, ich denke hier werden wir die 6 wir brauchen. Der Haken geht auch einfach hier so in den Rahmen rein, kann man machen, why not. So, haben wir eine Taschenlampe? Nö, haben wir nicht. So, okay. Genau, ja. Ich will jetzt auch gar nicht für die Leute, die die Demo noch nicht gesehen haben, will ich jetzt noch gar nicht so viel verraten, irgendwie, ähm. Aber das war Teil der Demo. 4. Okay. So, schwupp. Selbst jetzt habe ich noch Gänsehautheken, ich bin so erschrocken in der Demo, dass auf einmal dieser blöde Kuscheltieraffe hier steht. Und, äh, ja. Ist auch immer, hat noch immerhin seinen Effekt. Ja, ja. Tür ist zu, kommen wir nicht rein. Ja. Ich komme. Nicht so viel Zeit alleine. So. Weißt du. Okay. Today my wife is going to find out who will be born. I hope there will be a boy. My friend and I are expecting a baby. My wife is also worried. Julia drew a picture of my mother and herself today. A beautiful drawing. Wunderschön. Jans, Jans, schau. Und Kuscheltier steht hier, ne? Hasi. Ja. Okay. Okay. Help me! Okay. Das ist neu. Das ist neu und hat auch wirklich einen Effekt. Oh je. Okay. So. Was sieht hier? Mach auf. Oh Gott. Ich hab's nicht mehr Zeit. Ja, wo sind jetzt zwei Jungs geboren oder was? Hm. Schau'n wir mal. Hier machen wir weiter. Hier vorne können wir immer noch nichts machen. Ich hätte ja wirklich gerne eine Lampe oder irgendwas. Ach, das Bad haben sie immer noch so schön. Immer noch so schön. Ja wunderbar. Mit... Oh Gott, Alter. Das ist einfach so, wie keiner sein Bad zu Hause haben möchte. Also, ich kenn nicht viele. Ich kenn nicht viele. Das ist neu. So, und jetzt ist es auch für mich komplettes Neuland. Ah, and the keys and the plush toys. Oh nee. Jetzt muss ich in den ollen... So, und hier haben wir einen neuen. Jetzt muss ich in den blöden Kuschelchen nachgucken oder was? Das darf aber nicht wahr sein. Nein. Und es ist bestimmt mega, mega Jumpscare lastig das Spiel. Also, die Demo war schon ziemlich krass. Irgendwie. Nö. Hier, Affe. Ah, guck mal hier. Da ist er. Schöner alter Bartschlüssel. So, und ich hab mich damals schon aufgeregt. So, wie kann man so einen Flur haben und den einfach so gestalten? Könnte mich aufregen. Wirklich. Ja, da hast du hier schon so eine Bowlingbahn hier irgendwie. Was könnte man hier für tolle Bilder machen? Für schöne Galerien irgendwie. Ja, auch mit der Beleuchtung könnte man halt ein bisschen schicker machen. Aber komm. Naja. Passt schon. Das ist halt alles für den Laminatboden aufjagen. So, was haben wir hier? Den elterlichen Schlaf hier machen? Oder was? Ach du Scheiße. Das ist froh zu machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 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 Was ist los? Dremelt denn hier so? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich geh einfach rückwärts ran. Nee. Oh. Soll ich dir nichts hier machen? Oh Gott. Ich geh nicht heraus. Oh Gott. Die sind Puppe, Alter. Oh Gott. Komm ich raus. Oh Gott. Mach ich bitte raus. Nein. Mach ihn raus. Eber auf. Nein. Ich geh nicht auf. Ah. Hm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Passwort. Die Kinder aus meinen Traulen. Me and my wife, daughter and favorite job. Alles klar. Also, dann haben wir die 6. Me and my wife. Das bist du und deine Frau. Das ist die 1. Also, 6, 1, 4 und... Moin. Okay, probieren wir mal. Mal schauen, ob es diese Kombination ist. 6, 1, 4, 9. Ja. Nice. Klar. Klar, Mann. Hat auch jeder in seiner Bude drin natürlich so einen schönen Obduktionsraum. Komm mal auf, Alter. My daughter arrived. Very strange and pear probably caught a cold. I wouldn't not like to have two daughters. My friend does not want to either. The wife will give birth in four weeks. Schön. Schön. Today my friend was to come. It is a pity that I will be at work. My friend said that he wants to congratulate us because his wife will give birth in two months. Before I left for work, my daughter said that I wouldn't leave. It's strange. Na, weißt du, mit meinem Freund war der nicht so gut drauf? Alter, das ist stockdußer. Das finde ich ja nur ja nicht gut, Alter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber keine Tasche. Ich hab nichts, Alter. Nichts. So. Komm ich hier mal auch näher? Würde ich ja noch näher kommen. Das ist ja fies. Oh, ne Flashlight. Jawoll. Danke. Das ist ja viel besser, wollte ich gerade sagen. Ist das aber nicht. Ist das überhaupt nicht. Kuscheltiere sind jetzt alle weg. Ja. Na? Ach nee. Schön, schön. Hier steht jetzt hier. Ach Gott. Okay, okay. Cool, cool. Was war denn das gerade? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, fährt er denn jetzt? Warum? Was soll er denn? Oh, bitte. Hier komm ich. Oh, come on, Alter, ey. Der war ja nur wirklich echt unangenehm. Oh. Mann, wieso denn, Alter? Wieso? So, was haben wir denn hier? Kriegen wir auf, oder was? Was ist das für ein Quatsch? Oh. Wofür ist denn jetzt der Schlüssel? Wofür ist denn jetzt der Schlüssel? Alter, das war ein echt fieser Jumpscare, ey. So, komm ich damit jetzt aus der Wohnung raus, oder was? Wo hängt denn diese Tür hin? Das ist ja alles sehr mysteriös. Leiche ist weg. Schön. Ja, dafür war die Tür. You know. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Ihr macht die Tür hier. Äh, Wohnung. So. I have to go now. Und der geht nicht. Warum? Wieso? Ist das jetzt... Ah, nee. Jetzt sag mir nicht, dass das hier für die Clotür ist da hinten. Ja. Die Glückspilz. Watt. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Ja, schön. Schön. Einfach so. Und nun? Ich möchte bitte gehen. Ich möchte bitte gehen. Schau. Kann ich jetzt einfach bitte gehen? Ich möchte raus hier. Ist ja wohl nur. Ist nicht mehr mein Happy Place hier. Hm. Geht natürlich nicht. Ah, fuck. So, okay. Also, hat er jetzt... Was für ein Effekt hier irgendwie? Immer noch ein schönes Bild von uns. Nee. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Was ist denn? Oh Gott, Alter. Oh Gott, hab ich ne Gänsehaut. Oh Gott. Oh. Oh. Wieso? Oh. Nein. Oh. Hier ist ja die schöne Puppe wieder. Hm. Die ist ja schön. Das ist okay. Erstmal ein Ruheptoilette. Mach mal. Was? Oh. Nee, ey. Ach du Scheiße. Was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Was ist denn das? Ist das unsere Tochter? Davor war unsere Frau? Hör auf, Alter. Was ist denn das? Warum? Wieso? Äh. Na? Na? Wer bist denn du? Bist du fertig? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie geht der immer zu diesem tollen Bild? Ich sag gleich, als du auch nie ans Klopfen gehört. Okay. Oh, das fiese ist auch die perfekte Zeit, um das zu spielen. So, wir haben es jetzt. Viertel, also 22, 16. Oh, ist einfach fies. Einfach fies. Aber eigentlich auch die perfekte Zeit, um das zu spielen. Kann ich jetzt hier. Nee, kann ich nicht. Was soll ich denn jetzt hier tun? Äh. Was? Warum? Warum zur Hölle? Cools of the lamp. Ist jetzt alles? Nee, ist jetzt nicht alles auf dem Köpf stehen. Jo. Also man läuft einfach nur sinnlos. Was ist das? Was ist denn das hier? Tür in Tür? Okay. Kann auch nicht wirklich interagieren hier mit irgendwas? Kann ich jetzt raus? Das ist doch, das ist doch, das ist ja Kokolores. Es hat halt wirklich aber auch echt ne... Oh, 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 oh. Das sieht so mies aus. You are next. Schön. Okay. Und vorbei ist das mit der Taschenlampe. Ich kann mich jetzt einfach... 终ig einfach hier. Um Rotlicht. Gut, jetzt die Kieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe die Befürchtung, es wird gleich was ganz Schlimmes passieren. I'm waiting for you. Yes, ich möchte mich nicht umdrehen. Ne? No. Shit, jetzt lass mich raus. Mann. Oh, da ist er. Oh Gott, ist das da? Okay. Alter. I'm glad that such a wonderful sound was born. Oh, wo nach? Ich bin so unerwartet. Oh Gott, oh Gott, ich mich nicht. Und das Ende. Oh Gott, er ist gefressen, oder? Oh Gott. Ja, der sagt doch irgendwie, schön, wenn ihr euch in Ordnung erschrocken habt, Wilke, lasst doch mal einen Daumen da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst doch gerne ein Abo da, unterstützt den Kanal beim Wachsen und dann sehen wir uns beim nächsten Schocker wieder. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020